Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz davon natürlich mal wieder und heute eben Weihnachts-Special. Ich hoffe, das kommt ja von der Stimmung her gut zu euch in der Krause rüber. Also wir haben uns da einen kleinen Weihnachtsbaum zugelegt und natürlich wurde der Sturmzwerg zum Weihnachts-Zwerg einfach mal dezent umfunktioniert, ohne sichtbare Unterschiede, aber das macht nichts. Auf jeden Fall wünsche ich euch sehr, sehr frohe Feiertage. Ich hoffe, ihr habt wirklich eine entspannte Zeit. Lasst euch da von dem ganzen Geschenke-Wahnsinn nicht in die Irre führen. Also es gibt wirklich 10.000 Mal wichtigere Sachen, als sich gegenseitig irgendwas zu schenken. Auf Teufel komm raus. Also schaut, dass es euren Liebsten einfach gut geht und ihr eine gute Zeit zusammen habt und eben besinnliche Feiertage habt und hoffentlich natürlich auch gesund bleibt. Das gilt nicht nur, aber natürlich auch vor allem an die Spieler, denn wir brauchen euch natürlich im Frühjahr. Also mal gucken, dass ihr nicht zu viele Kekse isst, meine Freunde, im Winter. Ich weiß, dass es gefährlich war ein Stück A. Nein, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr schöne Feiertage habt und natürlich wird es auch weiterhin in halbwegs regelmäßigen Abständen Videos geben, über den Winter verteilt bis zum Frühjahr, wo es dann in Mattersburg wieder losgeht mit uns in Schwarz-Weißen. Natürlich auch vor Weihnachten an die komplette Sturm-Community, ganz speziell natürlich an alle Fans bei TheLandsTV, an alle Abonnenten. Da möchte ich auch nochmal ein großes Danke natürlich sagen an alle, die regelmäßig kommentieren, abonnieren und die Videos teilen. Also da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ja, ich hoffe einfach, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest und wir sehen uns eigentlich in ein paar Tagen schon wieder, vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Mal gucken, wie sich das Ganze bei mir ausgeht. Da wird es die Jahresabschlussbewertung geben für die Kicker. Und ihr wisst ja, das nächste Video kommt bestimmt. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLandsTV. In diesem Sinne, ho ho ho, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich und frohes Fest. Ciao, ciao. Ciao.